So, lass es rascheln! Super Sache! Äh, wo lang? Hier unten. Wie ich doch gleich machen kann eigentlich. Hier speichern. Ah, haha, ich bin so gut wie tot, oder? Okay, genug. Ach, was mache ich denn? Scheiße. Nein! Ich will endlich da erstmal durchkommen. Kann doch nicht sein. Nein, warte. Hier unten. Ich muss mir das echt mal irgendwie merken. So, lass krachen. Äh, okay. Beiseite, du glaubst da. Okay, easy. Ja, weiter geht's ja gar nicht. Mein Ende kommt so oder so. Nice. Achso, hier unten wird's weiter gehen. Alter. 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 Lauf, 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 lauf. Ich bin so tot, oder? Boah. Alter. Wie ich das wieder gemacht hab. Lauf. Und, hier kommt jetzt einer raus, oder? Ah, ne, diesmal. Das haben wir sogar noch ein bisschen Belieferung drauf bekommen, dass wir es geschafft haben. Okay, das könnte einen Unterschied machen. Und wir sind wieder aufgewacht. Alles klar. So, wir haben das Handy. Aber das sind alles keine Beweiser. Das machen wir dafür jetzt. Achso, die Box wäre nur erschienen, wenn ich quasi ein Handgelenk hab. Also den ganzen Hand enthalten hab. Verstehe, verstehe. So, wir müssen uns jetzt gleich wieder entgegenkommen. Der Schlingel. Speichern. Da ist er ja schon. So, jetzt können wir uns alles sparen. Wieder im Garten. Jetzt können wir uns auch alles sparen, denke ich. So. Nur, dass mit diesem Belief, das ist alles... Diesmal haben wir zwei Beliefen mehr, glaube ich. Also, diesmal... Könnte es vielleicht ein bisschen anders werden. Ansonsten muss ich jetzt gucken, wie ich mit der Story dann weiterkomme. So, hier auch Schmetterling. Also, die Zeiten im Spiel vergeht auch so was und schnell. Oh, klingt gut. Das ist alles nichts Neues. Aber gut, diesmal kann ich ja, glaube ich, äh... Auch zu den Rollen gehen. Zu den Bildern. Das werde ich auch machen. Jetzt wohl schon mal die Schere ab. Das machen wir. So, ab in die Spielhalle. Ich bin ja gespannt, was er da verstecken wollte. So, sehen wir uns an. So, die Schanhammer. Haufenweise Bilder. Die auch gut sind. Er hat uns natürlich gemalt. Die ist aber wer das Ding. Als ich überhaupt so was gemacht hat. Als ich geschlafen habe. So, ich werde ihn, äh... Ich werde ihn darüber mal fragen müssen. Aber vielleicht... Hm. Vielleicht habe ich da was ziemlich wichtiges gefunden. Vielleicht sind das die Beweise, die wir brauchten. Wenn man das ausfragen wird. Interessant. Das könnte sich mal weiterhelfen. Okay, das speichere ich mal so. So, ansonsten in den anderen Räumen war, glaube ich, nichts los, ne? Das heißt, wo habe ich ihn jetzt gefunden? Ich glaube, ein Living Room, oder? Wo war das Kitchen? Ja. Ich denke auf jeden Fall, dass ich alles so gesehen habe, was ich noch brauche. Ja. Ja. Na eben, der wird so schwimmen gehen. So, so, so. Klon, ja, ja. Okay, jetzt haben wir nicht die Hand abgetrennt. Die Kleider hier werden dieses ganze Klon-Zeugs. So, habt ihr nicht noch eine Option, die ich hier anwählen kann? Ne, gut. So, und wieder mit seinem Fingerabdruck. Geht's dann zum Bad. So, hier wieder der Swimming Pool. Jetzt kann ich den Esstisch drücken, glaube ich. Das ist alles Boogie. Ich versuche mal noch, die Glaubensanzeige ein bisschen hoch zu treiben. Wenn da ich dann mal weiterkomme. Es ist halt wirklich schwer, gerade zu sagen, was mich hier in Game Overlink und was nicht. Ich kann mal hier speichern, auf jeden Fall. Ja, und wieder der langsamste Zoom der Welt. Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Wieso stört es auf mich? Nachhin, ey. Der will ja hier von der Überspring-Option einbauen sollen. Ich weiß meistens, wenn euch was gefallen, aber... Es zieht sich. Es zieht sich. Ähm, ja. Auch die langste Vorauss-Fade der Welt. So, wow. Wahnsinn. Das sind zwei ganze Runden. So, er kommt wieder nicht mehr rein. Wir sollten ihn vielleicht mal fragen, ob er die Kühe einfach nur füttern geht. Ich hoffe, dass er uns was erzählt. Und das will dann, äh... Okay. Okay, sie können alles von selber drauf. Ich weiß nicht, dass da irgendwas sein muss. Gut, quatschen wir ihn mal an. Guck mal, was sich in der Anzahl wieder ändert. So, jetzt ist ich fertig. Mit der Kuh reden. Rede ich mit der Kuh? Äh, hast du rausgefunden. Manchmal rede ich mit der Kuh. Mit der Kuh. Sie haben sogar Namen, oder? Wow. Ich hab's wirklich um die Kühe zu kümmern. So, ich werde mich jetzt um die Mahlzeit kümmern. Bis dann. Hm. Hm. Okay, sie gehe ich wieder kochen. Aber ich hab nichts weiteres für Anzeige bekommen, dass ich das so mache. Das will ich jetzt nochmal laden, ist glaube ich vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Ich hab's mir wieder einmal. Ja, ich sehe meine Anzeige, leider nicht. Na ja, gut. Komm, wir machen was weiter. Ich hoffe, dass es nichts kurz sich ändern wird. So, hier waren wir wieder schön am Fressen, wie sie es gehört. so ist der gleich so die stelle wieder das mit dem mit dem stück der pilz kummer vergessen es fällt sowas von aus zusammen essen kuchen einfach selber die vergiften haben wir schon zu oft gemacht mach einfach gar nichts so gucken dass fertig ich hoffe mal auf das bestmöglichste ergebnis jetzt ansonsten keine an was machen soll wirklich keine ahnung das ist also die stelle wo wir uns nicht oft locken werden wenn das nicht klappt so ja kuchen feiert ab sie auch so das haben wir auch ein bisschen andere sachen ja 20 files wir haben jetzt fünf sachen gefüllt also ich gehe davon aus dass es reichen wird diesmal um ihn zu überzeugen drei andere sachen mal gucken so ich bin natürlich wieder ab na gut lassen wir ihn rein ja fein ja es bleibt mir wirklich alles üblich außer jetzt versuchen mit beweisen irgendwas zu klären die anderen beiden dinger sind ja alles softlock option ich hoffe ich habe diesmal alles so erzähl was du hast so nein nein wir leben hier nicht weiter das fährt aus so und jetzt versuchen zu überzeugen so ach guck mal wir haben jetzt sogar neue option die war vorher nicht da das sind alles neue option ja toll wieso waren die vor nicht verfügbar ok fangen wir erstmal die tagebücher an naja ich glaube die tagebücher könnte irgendwas erklären zum beispiel ich glaube nicht dass du mich einfach nur behalten lassen wirst sie müssen irgendwas bedeuten hast du mir vielleicht sichtlich geben vielleicht aber was kannst du denn aus diesen tagebüchern schließen naja gute frage ich glaube ich kann nichts daraus schließen das foto das foto naja was ist denn damit es muss doch daran irgendwas nicht stimmen ich meine warum soll es sonst verstecken naja was soll es sich schon beweisen das foto ich habe es ja gerade nicht cheros guck mal das foto habe ich meinen Namen aufgeschrieben und was ist da noch ich bin sicher wenn du mir etwas über fleurs erzählst naja kein falls bitte okay ein bisschen aber noch ein bisschen wir halt wieder perfekt wieder klasse dieses porträt was ich habe es in der ecke eine spielhalle gefunden das dass du es einmal gezeichnet hast deine eigene stimme hast du es gesagt nun ja hätten wir das ist nicht gemacht da wieder am arsch gewesen oh mein gott dieser wird ins weiterkomme ich werde jetzt noch ein paar kritische fragen stellen müssen er weiß ob er der boss ist du musst mir erklären was es zu bedeuten hat ist daran irgendwas besonders an den porträt habe mich zu verarschen was ist daran besonders das datum vielleicht also sagt dass du es vor ein paar hundert jahren bezeichnet hast du hast du offensichtlich übertrieben sagen wir mal ich hätte dann nicht übertrieben was würde schon beweisen und wunderschön hundert jahre gelebt hätte ist ja ich habe gesagt dass ich klont bin und schon wieder klon kam jung zu bleiben was kannst du beweisen das heißt wenn das porträt vor hunderten jahren schon gezeichnet wurde das wird auch nur das schon vorhunderten jahren gelebt hattest ja das ist richtig was daran falsch irgendwas wichtiges hat sie ich muss analysieren der satz muss irgendwas falsches haben was er gerade hat ist falsch oder ist wahr ist falsch ich glaube nicht dass du ein klon bist gar nicht so was ich endlich das leben und ja von jahren leben ist ziemlich bullshit warum sagst du sowas denn weil du gesagt hast ist einfach nur noch unsinn was er erzählt denn die gründung ist nur noch unsinn du kannst selber nur nicht den gedankenlosen erklären die du getroffen hast nehmen wir mal an du sagst mir die wahrheit dann hättest du ja das ist schon hundert jahre von jahren gelebt ja also gibt es doch zu dass porträt schon lange gezeichnet wurde also das mädchen da muss jetzt auch schon vor hundert jahre alt sein also muss sie auch schon lange tot sein ja jetzt wird sie ist niemals gestorben sowohl weiter geklont es gibt auch eine möglichkeit dass sie niemals gestorben ist es kann doch gesagt wenn das ist immer noch am leben ist aber in einer anderen form das messer zeigen um solchen dass es machen erwarte ich gehe zur küche was zu machen möchtest du was essen schon mit das küchenmesser das messer denkst du nur was seltsames nach ich möchte deine person zeigen nein darf ich nicht ja wollte es jetzt sollte ich mal machen das foto zeigen das wird dann beweisen dass ich richtig bin du weißt wo das wurde von mir versteckt das foto hatte alles bewiesen ich glaube du musst personen kennen die dort liegt zum beispiel du musst mir noch erklären ich sehe genauso aus wie die person auf dem porträt das gibt meine möglichkeit das zu erklären ich bin ein klo ich bin ein klo du hast mich ja nur als spielzeug sehr gekloten freunde es gibt keine andere alternative ist das soweit die du wissen möchtest nein das kann nicht sein es tut mir leid du hast auch meine erinnerung gelöscht nur damit ich hier bei dir bleibe nein so ist es nicht so was soll es denn sonst sein er ist der anführer von der kultgruppe sie ist flohle ist also kommen wir noch mal die antwort ja klar das also also ich bin flohle ist nein nein bist du nicht was meine feier sind alle voll mehr als 20 gehen nicht